Liebe Gemeinde, willkommen zurück, nachdem das Spiel abgestürzt war, haben wir eine Aufnahmpause eingelegt. Willkommen zurück bei GTA Online, Doomsday heißt, nicht mehr Krimmels, Genie, weil das Krimmels, Genie ein Dreck ist. Stück Abschaum ist das uns ohne jeden Grund geraubt. Bermud ist besoffen, Bluf hat sich umgezogen, zweiter heißt, wir haben ihn schon bereits einmal angefangen, wir haben ihn nur nicht zu Ende bringen dürfen, aus Kopfschussgründen. Das Borg-Dann-Problem. Do it. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, dieses Bild. Du bist leid. Wenn du für mich arbeitest, würde ich dich fangen. Wir arbeiten für dich, und du kannst uns nicht fangen. Sehr kläub. Wir versuchen eine globale Krise zu stoppen und du wibbelst über die Arbeitslosigkeit. Gib mir diese Kaffeekanne. Oh Gott, du bist leid. Ich bin sehr erfolgreich. Ich kann es nicht leid sein. Ich date. Ich bin ein Millennial. Ha, du bist 38. Ich bin auf dem Kasten. Ich versuche mich nicht in eine Karte. Dieser Mann. Bögerlich. Wir haben ein echtes Problem hier. Every time Clifford schaut auf die Daten. Was? Probleme? Das ist nicht gut. Ich habe dir gesagt, es war nicht gut. Ich versuchte es. Das ist die Apokalyse. Das Sprechstück. Das Sprechstück. Seitdem wir die Karte haben, wir wissen, dass die Karte des Eisbergs nicht so gut ist. Die Karte der Karte des Eisbergs. Es gibt Russische und Chinesischen Menschen in der Stadt. Der Präsident hat sich informiert. Der Präsident hat sich nicht informiert. Sie verstehen nicht was ich sagen. Ah, diese karte Verteidigte. So-crushing-Socialisten, die viele von dir. People like you hold people like me back. Okay, other than objectivism, what are we doing here? Well, sadly, I think he's right. There's a submarine off the coast. We have to find out what it's doing there. And then blow it up. No, that's exactly what they want. That's the war. Humanity's last stand. Mushroom clouds, fallout. Fifty generations of living in caves before someone reinvents fire. I need your team to get on there. That and find out what happened to the missing agent. This man. Okay. Code name ULP was kidnapped last night. He was looking at the data breaches in our department and was onto something. Now he's gone. Possibly dead. He's not dead. You can't even say that if you're a figure so light, your heart hurts, like you look like you look like you look like. Unmöglich. There's one in a hangover. Could it be a hangover? They keep keys to the hangover in the news van. Well, I'm going to need riot bands too. I've got a plan here. Then start a riot and steal one. This cannot be traced back to me. I cannot believe I said that. All that fucking ethics training. And you need to get underwater somehow undetected. Underwater? Undetected? To find out about the security around the submarine before the assault. Okay, okay. I know. I know. Stromberg's. These things. Can I use mine? No. It seems like not. Okay. Good. So, you've got this. Yeah, yeah, sure. Just a little, uh, world war to prevent. In that case, we don't need to know anymore anymore. Just go. All of you. Give me a minute. All right. That's everything. Alter, what's that for a hintergrund. What's that now? Yeah, I'll be in touch with you. Yeah, I'll be in touch with you. I'll be in touch with you, but I'll be in touch with you. So, womit, was beschaffen wir zuerst? Ich bin immer noch betrunken. Natürlich bist du das. Kein Wohl, dass du Kopfschmerzen hast. Ich würde sagen, wir schaffen mal die Schlüsselkarten für den Ride Van. So. Mir geht's gut. Ich kann auch Auto fahren. Nein. Das funktioniert. Ich glaube, wer fährt immer noch besser Auto als ich. Ich bin mir nicht, ob wir es darauf anlegen wollen, Luf. Okay. Wir können es auf jeden Fall einig sein. Wenn ihr bei uns ist... FEMO! Ich schaffe das. Keine Angst. Oh, Gott. Weißt du was, wenn wir schon dabei sind? Warum gehen wir jetzt eben Schnecks besorgen? Ah, der Alkoholkonsum-Listner. Wenn sie beschäftigt sind. Capital Boulevard. Boah, alles klar. Ups, schrapp, schrapp, schrapp. Neven? Ja? Kann ich dir mein Outfit zusammenstellen? Nein. Komm schon. Luf! Wir wissen ganz genau, dass ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, dieses... Set an Kleidung zusammenzusetzen. Das Ding ist aber, Bruder, du hast nur ein Set an Kleidung. Das ist nicht korrekt. Ich benutze nur ein Set an Kleidung, aber ich habe mehr. Das ist... Zwei. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich habe... Ich verspreche dir, es wäre dein Charakter nicht so verunstellend wie das letzte Mal. Nein, auf gar keinen Fall. Ich erinnere mich, was du das letzte Mal gemacht hast. Oh, was hat sie das letzte Mal gemacht? Sie hat mich in Küsser-Stuited-Jesus verwandelt. Das tut dich nochmal Not. Er hatte pinke Haare. Nie wieder vertraue ich dir meinen GTA-Charakter vor einen Tag an. Und das nur, weil ich... Ich hatte kein Internet wegen des Umzugs. Ich habe dir vertraut. Das ist ja auch schon sehr lange her, ne? Ja. Aber ich vergesse nicht, ich vergebe mir. Natürlich hast du das. Aber ich vergesse nicht und ich vergebe, Luf. Ja, aber diesmal würde ich das nur beraten. Nein. Es gibt nichts Besseres, was wir gerade besprechen können hier. Bitte? Bitte. Luf? Ja. Nein. Bärmo, was hältst du von einem Outfit, das wir das zusammenstellen? Oh Gott, ne? Hoppala. Oh, Eisen hat Luf getötet und ich bekomme Geld dafür. Oh mein Gott. Die Werbung bewegt sich ja. Oh Gott, wo kommen die drei Sterne her? Ja, möglicherweise müssen wir den Newswagen klauen. Danke, dass du mir sagst, wir haben uns hier auf die Straße gespornet. Ich habe einen Newswagen gefunden. Oh nein, 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 nein. Fahre weg, fahre weg, fahre weg, geradeaus vorwärts. Ich sehe ein Problem. Hallo. Komm mal, ich habe einen Newswagen gefunden. Oh Gott. Nein, nicht auf mich schießen. Sorry. Ja. Wir müssen irgendwie hier weg. Hast du nur mögliche, nicht hier wegzukommen? Nein. Noch nicht. Nein. Okay, bye. Nein, Luf, komm zurück. Warum? Du hast mich verraten. Ich tue, du tust. Okay, gut. Mit dieser Retour kann ich das akzeptieren. Guten Tag. Ihr müsst natürlich den Reifen kaputt schießen, den Dreckigen. Oh mein Gott. Okay, gut. Okay, zurück ins Auto. Warte, Bermut. Hey. Bye, bye, Polizei. Was geht? Ist die Sterne los? Nein. Okay, gut. Dann kann ich mich nicht da reinsetzen. Ich war also vorhin los. Dann habt ihr wieder Randale gemacht. Dann habe ich sie wieder bekommen. Ach so, okay. Okay, das erklärt so. Oh. Oh. Aufsteh, 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 aufsteh. Au. Oh. Okay. Bye, bye, Polizei. Lala. Soll ich den Wegpunkt setzen? Ich habe einen Wegpunkt. Ach so gut. Bei mir wird er nicht angezeigt, deswegen. So, und los. Wo habe ich eine Panzerung her, wo ich wieder gelebt wurde? Ich frage gar nicht erst. Wieso habe ich eine Panzerung, aber keinen... Kriegt man auch so eine Panzerung, wo man sich in den Rides-Van reinsetzt? Kann das sein? Das kann sein, ja. Aber meine ist auch wieder voll. Warum können wir nicht einen Cargo-Apple einfach rüberbringen? Nichts geht über eine Runde Reggae. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass Reggae mich Gamer-Striken wird, oder? Wahrscheinlich. Dann dürfte ich das Radio gar nicht anmachen, also. Nicht alles ist tatsächlich damit besetzt. Aber ich denke, das wird schon irgendwie alles klar gehen. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja nicht zwitschend, dann komplett weg-mutet. Ja. Das heißt, liebe Gemeinde, falls euch gerade anhört, als wenn wir über nichts drüber reden, dann ist... Genau, dann ist die Typ schuld. Ah, Motorradfahrer, komm her! Arschloch! Was ein mutiger Motorradfahrer, wie er ausgewichen ist. Schon, ne? Sehr fähig. So, nun, was wolltest du vorhin von mir? Ja, ich wollte nur, dass wir die Autos weiterspinnen. Nein, nein, du wolltest mich irgendwas fragen. Ja, ob ich nicht ein Autos für zusammenstehen kann. Nein. Hab ich es mir gedacht. Ich meine, wahrscheinlich würde es gut aussehen, aber nein. Nein. Wo geht's denn hier? Autokorso. Ich würde dann schießen, ob das den Sandschuhen anschieben. Nein. Okay. Oh, die haben ein Fußballfeld, das wusste ich ja gar nicht. Obwohl doch, es wusste ich, habe ich es nur ein langes Mal gesehen. Fußballfeld? Ein kleines Fußballfeld. Achso. Okay. Wo ist es hier? Wo ist es? Ja, der Zug hat mich an die andere Seite der Stadt gebracht, aber egal. Der Zug? Was glaubst du, wie ich es entkommen bin? Polizei, Auto zum Zug gefahren, Zug eingeholt, auf den Zug gesprungen. Okay. Gut. Ja, einfach drüber fahren, kein Problem. Ich finde keinen Makel an deiner Vorgehensweise doof. Und los geht's. Du weißt, dass... Da hinten Wasser erwarten wird. Gut, das Wasser ist ein bisschen weit weg, aber... Wir sind ein freier Nus-Transporter-Eisen. Ja, ja, das sind wir. Die guten alten Gelände-Trucks, wir kennen sie alle. Oh ja. Warum können wir keine Schubdüsen anbauen, das Teil? Denk mal drüber nach, warum. Mir würde kein Grund einfallen, weswegen das nicht möglich sein sollte. Warum hat Blazing-Taptur-Eisen-Trucks-Bust? Nichts! Galant! Danke für Ihre Bremshilfe! Wir danken Ihnen für... Das läuft doch noch weg. Was ist denn wahr, was passiert mit der Bermot? Der wollte sich erst schlägern. Kann ich mich an die Seite hängen? Ich glaube nicht, aber du kannst dich, glaube ich, hinten reinsetzen. Bei den Nus-Transpollern kann man sich nicht an die Seite hängen, das ist traurig, finde. Außer du bist das Special Operation Team von Los Santos, die selbst einen Aufprall mit einem Fahrzeug überleben und immer noch an der Seite hängen. Ja gut, die hänge ich aber an andere Wagen außen dran. Nicht an Nus-Transporter. Naja, aber das könnten die wahrscheinlich am Nus-Transporter auch. Wahrscheinlich. Weil es gibt hier die Griffe. Wofür sonst sind sie da? So, wir machen deine Angestellten ein bisschen nervös. Die freuen uns bestimmt. Au. Jees. So. So, jetzt haben wir das erste Teil schon mal geschafft. Aber ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie dringend fest der Charakter ist. Ich war gerade kurz vor einem großen Unfall, bevor ich den Basis-Ding eingenommen habe. Gern geschehen. Get paid, klingt gut. Wird gerne bezahlt. Beep, 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 beep. Ulkinformationen, Ausrüstung. Ausrüstung. Was will er jetzt von uns? Das müssen wir uns, glaube ich, erstmal anschauen, weil wir die ganzen Sachen noch gar nicht geschafft haben aus den Riot-Wan, glaube ich. Danke für den langen Ladeweiten jetzt. Gern geschehen. Hast du einen Starten, kann man sagen, wir sind hier. Ah. Bemo, guck mal hier. Oh nein. Kennen wir die Dinger noch, nicht wahr? Müssen wir nicht, aber tu es. Wir haben sie halt. Lange ist es her, mach eins. Was wollen wir starten noch mal? Mit X kannst du die Flügel ausfahren. Mit Hupe gibst du Schub. Na, ich habe mir das ja umgekehrt, bei mir ist es ja eh. Genau. Und immer nur wieder ganz kurz den Boden anstupst, nachdem man den Boost verbraucht hat, damit man sie wieder auflädt, dann wird die Luft abheben kann. Und dann mit Steuerung und Shift die Höhe einstellen. Wird die alles in Ordnung los? Nein. Weil es ist keine Ahnung, wo wir hin müssen. Richtung dieser komischen roten Punktdinger. Ja, ist unklar. Die Scheibe. Die Strecke ist zum Glück ja Luftlinie. Ja, ist unklar. Und wir haben keine Raketen in den Teilen, das ist enttäuschend. Ja, es kann, es kann es geflogen, es kann es fliegen. Aus irgendeinem Grund. Es ist keine Ahnung, ob wir jetzt der Boost aufladen sollen oder nicht. Der Boot lädt sich auf, wenn du den Boden einmal kurz berührst mit dem Reifen. Äh, ja. Aber es kann kommen nicht vom Boden runter. Äh, mit Steuerung. Steuerung, den du den Boost gedrückt hast. Oder während du es machst. Das ist Steuerung nach hinten ziehen. Wie für ein Wheelie. Ja, funktioniert nicht. Ja, braucht dann für eine ganze Menge Übung. Ich habe gesagt, es funktioniert nicht, sonst ist mir alle auch erst egal. Und ich bin tot. Ja, der Mark 1 macht das sehr gerne. Seinen Nutzer töten. Ja, falls Spaß beim Wiedererledigen. Nein! Weil Leon ist auf mich gewartet. Beleidigt? Ich bin sehr beleidigt. Ich glaube dir. Oh nein, tschüss! Tschüss, Oppressor! Habe ich den auf jeden Fall gehitet? Ich glaube, ich habe den auf jeden Fall gehitet. Ich brauche ein Auto. Kommst du auch nicht mehr klar auf den Mark 1? Oder ein Motorrad. Das ist natürlich noch besser. Gib das mal her. Ach, da komme ich doch nie hin. Wer weiß, ich kann meine... Hey, Eisen! Hey, Bermo. Ich kann meine Waffe nicht benutzen. Und das nervt mich so unheimlich. Ja. Na ja, wer die Ö umbringend, was wir da hinkommen können. Gehst du halt sehen. Hast du den Oppressor-Tum wiedergefunden? Nein. Achso. Oh, es hat doch noch eine Action-Figur gefunden. Natürlich! Was soll das für Armo? Natürlich füllt Luffy wieder die Action-Figur ohne weiteres. Ja, natürlich. Ja, wenn ihr mich zurücklasst. Wir haben mich zurückgelassen. Wir haben mich zurückgelassen. Du hast selbst das qualifiziert. Nee, ist ja nicht meine Schuld. Obwohl ihr wisst, dass das mit dem Oppressor nicht umgehen kann. Habt ihr mich zurückgelassen. Also, siehst du halt einen zurückgelassenen Punkt an? Ich habe eine explizit erklärt. Ich habe meine Rückgelassen-Karte benutzen. Also, shut up. Ich habe dir explizit erwähnt, wie man den Oppressor benutzt. Äh, ja. Ohne das STRG zu erwähnen. Ich habe gesagt, mit Steuerung schickt. Und nachdem es 10.000 Mal gesagt hat, dass es bei mir nicht funktioniert. Und es ist keine Ahnung, ob das geht. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe hier von vorne... Ich habe hier von vorne gesagt, dass es mit Steuerungsschiff nach oben unten gelenkt wird. Ja, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Also, halt. Bitte sei leise. Das Salz. So. Oh, die Gangsters kommen da reingelaufen. Welchen Gangsters? Die da hinten so am Boden rum. Wie geht's hier? Ich weiß noch keinen Gangsters. Tag. Wirklich. Oh, Allison, kommst. Ja, wir sind so richtige Asis. Wir fahren damit. Dann sind wir ganz ehrlich. Ich gehe nicht mit dem Impressor Mark 2. Nicht mit Sachen, die zerstört werden können. Oh, warte. Oh, warte.